Musik Im Scheiringbuch gibt es eine Doppelseite, die nur unseren Patronen gewidmet ist. Die sind dort alle ganz genau aufgelistet und beschrieben. Es sind auch unten einige Schussbilder dabei. Die werden von Zeit zu Zeit immer wieder ergänzt und erneuert. Wir fertigen sehr viele Kaliber, die es im Handel nicht gibt. Da sind wir dadurch gezwungen, eigene Munition herzustellen. Und diese Munition ist natürlich auch präziser als handelsübliche Munition. Das kommt einerseits daher, da wir nur die besten Komponenten verwenden und die einzelnen Ladungen direkt auf das Gewehr abstimmen. Das ist vor allem in einem Patronen wie die 6,5 Gridmore, die von Haus aus schon sehr eigenpräzise ist, sehr wichtig, weil man dadurch reihenweise Streukreise wie diese da erreicht. Also das sind in etwa 12,5 Millimeter. Und das ist für ein Jagdgewehr wirklich sehr, sehr gut. Mein Name ist Katrin Scheiring und ich bin in der Firma für Exporte und Munitionsfertigung zuständig. Heute möchte ich euch einen kleinen Einblick in die Firma und in die Munitionsfertigung geben, damit ihr eine Ahnung habt, was im Hintergrund alles abläuft. Das Tolle beim Selbstladen ist, dass man für jeden Kunden die höchstmöglichste Präzision zusammenbekommt und ist dadurch unabhängig vom Markt. Man hat eine Patronenhülse, die muss zuerst entgratet werden. Das heißt, es wird abgeschrägt oben beim Hülsenmund. Dadurch ist das Geschossfeiner zu setzen und man hat einen feinen Übergang. Danach wird das Zündhütchen gesetzt, welches wichtig ist, damit das Pulver gezündet wird. Danach wird das Pulver eingestellt. Das ist die Staubkörnchen-Einheit, die In-Grain wird das gemessen. Das ist sehr fein und da kann auch ein Pulverkörnchen wirklich entscheidend sein, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Natürlich testen wir bei jeder unserer Kundschaft, ob das für dieses Gewehr geeignet ist, damit wir die höchstmöglichste Präzision zusammenbekommen. Jetzt nehmen wir die gefüllte Hülse mit unserem SMB-Geschoss, setzen das Geschoss und nachdem wir das Geschoss setzen, nehmen wir unsere Lagerlehre und schauen, ob diese Patrone perfekt passt. Um eben diese kleinen Unterschiede in einer Patrone auszugleichen, wird jede Patrone handgeladen und handvermessen. Das heißt, jede Patrone, wenn die fertig ist, kommt in eine Leere rein, die dem Negativprofil von einem Patronenlager entspricht und sollte die da nicht ganz ohne Probleme hineingehen, also klemmen oder sonst was, wird die sofort ausgeschieden, die Patrone. Bei uns wird jede Laborierung, die wir machen, mit einer Seriennummer versehen und dadurch wissen wir auch, welche Kundschaft diese bekommen hat und wir können diese im gleichen Maße wiederherstellen. In dieser Patronenmanufaktur, wo wir die Patronen selbst herstellen, haben wir natürlich sehr viele eigene Ideen verwirklicht und haben eben viele neue Patronen entwickelt. Unter anderem ein spezielles Afrika-Kaliber, weil uns die 470 Nitro Express einfach nicht die entsprechende Leistung geboten hat. Und auch hochrasante Patronen, die 8,5 x 75, ganz eine wichtige Patrone, die in sehr vielen Kipplaufwaffen von uns verbaut wird, in Kombination mit einer kleineren, mit der Gritmoor. Wenn ich da zum Beispiel diese zwei Patronen in einer Waffe drinnen habe, decke ich meine gesamten jagdlichen Aktivitäten in Mitteleuropa und auch bis weithin Afrika ab. Ganz, ganz wichtig, warum wir auch Patronen erzeugen für unsere Kunden. Schießt ein Jäger nur 100 Meter oder vielleicht 200 Meter, spielt es keine so große Rolle, wie präzise so eine Patrone ist. Aber unsere Kunden schießen immer weiter, wollen immer weiter schießen und wollen auch die Präzision haben. Deshalb ist es einfach unerlässlich, handgeladene Patronen zu erzeugen. Nur so kann ich auf weite Entfernungen bis 500, 600 Meter absolut gute Streukreise erzielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.